Das müssen wir nächstes Jahr sowieso mal machen, warst du noch geid auf meine Lieben? Die Sonnen und Zillen. Die Sonnen und Zillen. Die Sonnen und Zillen. Die Sonnen und Zillen sind meine Ehe noch geid auf meine Sonnen. Die Zillen ist meine Ehe noch geid auf meine Sonnen. Die Sonnen und Zillen. Morgen ist meistens unser Bestelltag. Da kommt Football-Abends, dann kommt keiner. Mein Saupenbauer immer nennt er Döner. Ja. In Heiligen hat es jetzt auch für den kleinen Döner. Naila! Hey! Naila! Mann! Komm mal hierher! Komm mal hierher! Komm mal hierher! Hörst du dich, hä? Hübsch aufgekommen. Raubtierfütterung! Genau im Obstchild. Aber der ist so schlecht, aber wirklich schmeckt da. Ich hab' mir auch gesagt, das lass mal. Von unterm Stilch, dann ist es richtig getrunken manchmal. Hier geht der in Heiligen, der Dönerladen liefert zwar auf. Aber da ist eigentlich besser, wenn du hingehst, weil der ist immer so rammelvoll. Da ist immer die Hölle los. Da war ich auch seit der Hölle um ewig. Ich hab' mir geschmeckt. Wie? Ich hab' mir einen Hübschel, auch ein wenige Hübschel, auch ein ein paar Hübschel. Ich hab' mir einen Hübschel, auch ein paar Hübschel. So wie die Kinko, was ist das so gut? Aha, hab ich geworfen. So wie die Kinko, was ist das so gut? Aha, hab ich geworfen. So wie die Kinko, was ist das so gut? Oh, wir müssen auf die Karte jetzt noch gucken, wenn wir die ehrlich vor, das kann ja dann nicht verkaufen. Au! So, ich wäre am überlegen, wenn wo ich hin will, eventuell ist es wie Famiglaren. Ja, der ist auch cool. Was, der ist in Stuttgart? In Februar, glaube ich. Wie geil, Schatz. Wie geil, Schatz. Weil der war letztes Jahr, war er nämlich auch schon, da waren die Karten so viel mehr aufgebaut. Ich muss mal gucken, ob ich ehrlich wollte, wenn es dann auch nicht vertun, dass die letztes Jahr waren, die Karten. Na, die Lachen, mal langsam. Ja, aber hallo, Cesar Milan. Hundeflüchterer. Die Kommentare wollen wir dann schreiben, für schlechten Hunde. Ja, ja. Ich gucke gerne. Ich finde, der hat auch viele gute Tipps. Ja, guck, die verscheuchen sich. Ja, die sind ja schon wieder. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Das ist sogar einer, die normal in der Straße sind. Auto! Smukke! Keine Hemmungen. Nein, die sowieso nicht. Ich glaube, der hat nur kurz angehalten. Nein, der kommt. Man hüpft nicht den Kameramann an. Ich habe nichts. Leila, komm mal hier. Stimme weiter. Smukke, komm mal her. Er ist halt in die Kamera geguckt. Ja, ja. Hallo. Sitzen. Seid ihr süße Hunde. Smukke, sitz. Seid ihr süße Hunde. Nein. Nein, 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 nein. Njam, 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 njam. Und weg. So gut, dass ihr die Türen. Ich muss ihn auch schön in deinen Laptop. Oh, sorry. Er hasst es, wenn ich in seinen Laptop will. Ich nehme doch den Laptop wieder. Geht aber mit Kabel. Na ja, klar. Ja, tschau. Ja, also. Dauert zwar dann Stunden. Wenn ihr das sehen, ist er so so schrecklich jeden Tag abgeholt worden. Ja. Genauso wie mit dem Samsung-Handy. Jedes Mal abgeholt. Ich weiß nicht. Ja, das muss ja die Sitz-Lindos sehen. Ja, das muss ja die Sitz-Lindos sehen. Siehst du deinen Hund auf Youtube? Ja. Na ja, du bist Youtube-Star. Das heißt mir jetzt, dein Youtube-Blog. Ja, wenn du halt auf manche Youtube-Borren guckst, was die am Foto verdienen, her. Ja, so. Ja. Deswegen, unsere Hunde werden jetzt auch Youtube-Stars. Ja. Die Hunde werden Youtube-Stars und wir kaufen die Autos, oder was? Ja. Ich will das auch da. Jetzt hab ich fast in Scheiße gelaufen guck. Mal auf die Kamera gucken. Mensch. Nummer 4. A01. Oh, hm. iverg solar Pattern a1 a1 i Oh mein, du hast das Gesicht gelegt. Das ist aber doch. Ja. Hauptsache ich... Mein Fressetuch. Jejeje, wird schon wieder reingedappt. Mit dem was ist Millionär mit meiner Fressetuch. Irgendwann fang das professionell an. Das ist mal ne ganz teure Kamera. Oh, für den hat von Kutzli. Nein, da fällt Richtung. Spiegel Reflexkamera. Ja. Das ist von uns aber auch. Das ist von uns aber auch. Das ist von uns aber auch. Bei mir da oben voll der große, aufgleichbare Nikolaus. Bei dir wär das ganze Haus voll mit Deko. Ja. Bei dir wär das ganze Haus voll mit Deko. Ja, das schon. Halt mit der Weihnachtsform. Ja. Schon ein cooles Haus. Ich bin voll übertrieben. Scheiße. Ich bin voll. Ich bin voll. Ich bin voll. D Passt, und ich bin voll. Und da war keine Ahnung. Das ist ein technisches Haus. Das ist ein neuesin. Und ich bin voll. Ich bin voll. Vielen Dank.